So, ja, das sind jetzt meine Schraubverschlüsse, die ich gemacht habe. Oh, die sind aber jetzt stramm. Und, ja, besser geht nicht. Also, die da einfach, na, komm. Ja, ich habe die was länger gelassen. So, eine ab, die andere auch noch ab. Gehen alle prima. Da bewegt sich das Abdeckblech schon. Ja, was meinen Sie denn, was da drunter ist? Na, na? Es ist ein Akku. Und ihr seht, es geht nichts mehr dazwischen. Noch nicht mal ein Blatt.